Wir brauchen dich. Und dich. Und dich auch. Für den neuen Jugendrat suchen wir elf motivierte junge Leute, die Lust haben, mit uns gemeinsam ein Festival am See zu machen. Das Festival soll zwei Tage dauern und dafür brauchen wir jede Unterstützung und jede Kraft. Ich war vier Jahre Vorsitzender des Friedberger Jugendrats. Zu dieser Zeit durften wir das Mittendrin-Festival ins Leben rufen. Ihr habt jetzt die gleiche Gelegenheit, wieder ein neues Festival ins Leben zu rufen. Ich war Mitglied im ersten Jugendrat der Stadt Friedberg. Ich bin seit zwei Jahren im Jugendrat und für mich ist Jugendarbeit einfach sehr wichtig. Heute bin ich Jugendpflegerin des Stadtrats in Friedberg und mir liegt sehr am Herzen, dass wir wieder einen starken Jugendrat haben. Und vor allem im Jugendrat kann man auch in der Politik früh genug eingreifen. Das heißt für euch, seid dabei, bewerbt euch jetzt. Die Jugendratswahl in Friedberg im April ist mir besonders wichtig, denn eine Interessensvertretung der jungen Menschen brauchen wir. Deswegen nutzt eure Chance, macht mit, jetzt. Kandidieren können alle Jugendlichen zwischen 14 und 21. Anmeldeformulare bekommt ihr bei euch im Sekretariat. Da lohnt es sich mitzumachen, darum bitte ich alle, diesen Jugendrat zu unterstützen und hier zur Wahl zu gehen oder sich sogar zur Wahl zu stellen. Anmeldeschluss ist der 4. April. Auf geht's, seid dabei, jetzt.